Ich war den Menschen immer freundlich gesinnt. Viele Menschen erwiderten das und waren ebenfalls freundlich zu mir. Und dann gab es Menschen wie dich. Menschen, die der Meinung waren, sie wären in einer Machtposition, weil sie gemerkt haben, dass ich ihre Provokation ignoriert habe. Menschen, die diese Ignoranz mit Schwäche gleichgesetzt haben. Was soll er unseren Anfeindungen denn noch entgegenbringen können, dachtest du dir wohl. Nun, seit ich damals die Schule gewechselt habe, ist eine lange Zeit vergangen. Eine Zeit, in der etwas, das ihr in mir hervorgerufen habt, immer mehr Kontrolle über meine Gedanken, mein Handeln und meine Weltansicht übernommen hat, bis es mich letzten Endes vollkommen in seiner Hand hat. Die Geister, die du gerufen hast, sind angekommen und auf dem Weg zu dir. Wir haben den letzten Oktobertag. Du schaust seinen Horrorfilm auf Kino.to via Opera. Auf einmal hörst du Schritte vor der Haustür, aber siehst niemand mit den Blicken, die du rauswirfst. Und schon gibt deine Tür meinem Tritt nach. Deine angsterfüllten Augen sagen, dass es nicht wahr. Du schreist dir die Seele aus dem Leib und fängst an zu weinen. Aber keiner wird dich hören, du bist ganz allein. So wie ich jetzt war, warum rennst du weg? Bist du ohne deine großen Freunde nicht mehr stark? Du bist panisch auf der Suche nach dem Messerkasten. Kalter Stahl zeigt dir, das solltest du besser lassen. Nach nem Schlag mit dem Griff auf dein Hinterkopf, fällst du um, doch du fläst und wimmerst immer noch. Deshalb dreht dich immer wieder auf dein Nasenbein ein. Nach dem dritten Tritt heißt es für die Schlafenszeit. Und ich schleife dich am Fuß bis zum Waden. Deine Nase hinterlässt mir Lache, Blut auf der Straße. Und ich werfe deinen Körper in den Kofferraum. Hättest du mir damals besser doch geglaubt, als ich meinte, dass ich komm und dich hol. Hast du nur gelacht, aber wer lacht jetzt? Meine Kette ist blutrot, du bist tot. Denn du hast gemacht, dass der Hass wächst. Dafür schleif ich dir die Eingeweide raus. Rett dir beide Beine raus, beide Bände gemaltbar. Meine Weste, der weiß, aber heute wird dein Blut aus meinen Händen verteilt. Happy Halloween! Du wirst wach, aber du bist an nem Stuhl gekettet. An nem Sack über deinem Kopf ist dein Blut zu schmecken. Und du wirst panisch. Du sagst dir immer wieder selbst, dass es nicht wahr ist. Und dann drück ich dir die Kippe auf den Oberschenkel. Du flehst mich an, ich soll dich bitte mit dem Tod beschenken. Vorher schneid ich dir den Mittelfinger ab. Drück ihn auf die Wunde, die die Kippe hinterlas. Fick dich, das ist meine Art Humor. Als du lachwitzig, die Klinge in dein Magen bohrt. Damals konntest du doch auch lachen, oder? Mittlerweile geht die Schnittwunde bis zu deinem Bauchnabel. Reiß dir den Sack vom Kopf und drück ihn in Salzsäure. Jede Scheißsekunde steht für jeden meiner Albträume. Du sollst wach bleiben, ich gebe dir Backpfeifen. Was? Ich soll mir ne Scheibe von dir abschneiden. Ey, gesagt, getan das. Womit ich dir deine Fresse stopfe, ist ein Stück von deinem Magen-Darm-Frast. Danach jage ich dir Blei in die Schläfe und befreie meine Seele. Als ich meinte, dass ich komm und dich hol, hast du nur gelacht, aber wer lacht jetzt? Meine Cap ist blutrot, du bist tot, denn du hast gemacht, dass der Hass wächst. Dafür schneid ich dir die Eingeweide raus, reiß dir beide Beine raus, beide Bände gemein, ba! Meine Weste war weiß, aber heute wird dein Blut auf meinen Händen verteilt. Happy Halloween! Halloween, 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 Halloween!